Ja, also, die Mail ist da drin nicht so gut. Ja, und wenn man das zu viel macht, dann hat man nächsten Tag ganz viel Aua. Aber es ist ganz viel lustig. Aber es gibt viele Sachen, also so Spiele so, was mit dem Kampf. Man tut da ganz viel herumhübschen. Und ich würde gespielen es wahrscheinlich. Wie gibt es da so komische Gebete? Ja, da bin ich ja mal runtergeflogen und es hat so viel Wetter. Ja, aber es ist trotzdem lustig. Hüpfen, hüpfen und schwitzen. Schwitzen ist nicht lustig. Nein. Dann schickt man in den Busch. Und dann muss ich mich duschen auch geil. Das mag ich doch nicht. Und wie nennt man das Fach jetzt? Turmen. Falsch. Schräg und Schaub.